Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Hunt Showdown. Ich war mit der lieben Tina auf der neuen Map unterwegs und wir haben Duo gegen Trio gespielt. Und wir hatten eine sehr, 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 sehr intensive Runde. Die müsst ihr euch unbedingt angucken. Es gibt ein kleines Manko in der Runde. Und zwar, ich versuche in letzter Zeit immer so ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Mal Pumpe, mal Sniper, mal Afto und so weiter. Und gestern war schon eine Aftorunde. Und dann müsst ihr heute leider nochmal eine Aftorunde ertragen. Es ist leider so, man kann es nicht ändern. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Wird mich über einen Kommentar von Algorithmus freuen. Ein Like wäre sensationell. Und die Leute, die noch nicht abonniert haben, worauf wartet ihr denn? Hat rein viel Spaß. So, zwei Bosse. Ja. Oh, Raben hier. Und Hunde draußen. Ich schleiche da jetzt hin. Ja, wie eben. Ja, ja. Problem ist, ich kann hier nicht schleichen. Ich muss hüpfen. Stimmt. Oh, geht aber trotzdem. Um Gottes Willen, der einen steckt in der Wand hier. Ähm, Seven? Ja, Seven. Ich schleiche mich mal zurück. Auf, Herr, rechts. Oh, Quan Institute. Ja, das war. Oh, ich schleiche mich mal zurück. Oh, Bach bed tempelt tut. uesst, Herr. Das ist so fast. Ja, was twenty warm ist. Oh, das war ein. Oh, das bin. Ich schoze, doch. Oh, das mal rein. Ich hab Angst, dass hier oben schon irgendwo einer steht. Ja, kannst du haben. Ich weiß sie hier immer. Oben ist das Fenster offen, hier vor mir sitzen Raben, ich glaube ich würde hier unten gehen. Da hat gerade einer geschlagen. Unter uns, unter uns. Ich dreh durch, Tina. Oh kacke. Ja. Zwei Mann weg. Nice. Ich hab nur noch drei Schuss. Ach man, aus dem Hauptgebäude. Ich weiß nicht, wo der andere war. Ich auch nicht. Wir waren es auch nur zwei. Ne, drei gehört. Ne. Da kommt er. Der hat immer Stress. Der hat immer Stress. Ich hab nichts gehört. Wie oft hat denn der auf den Immo drauf gehauen? Der hatte nur die Faust. Der hatte nur die Faust. Das dauert ja dann. Ach du Scheiße. Jawoll. Einer ist weiter links von dir. Das ist die Bounty. Da hinten irgendwo. Du hast Schlange, hol dir das Bounty. Was? Du. 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 Ich weiß erst mal die Nähe drüber, ja. Ich weiß nicht, dass ich die Nähe drüber mache. Vielen Dank. Du musst direkt runter rennen, irgendwie. Hm. Fuck. Das ist doch nicht, Mann. Durch die Wand. Was denn jetzt? Warum hat der meine Waffe nicht geschossen? Weiß ich nicht. Hast du es gesehen? Ja. Oh. Gehauen auf einmal. Ja. War es das jetzt? Ja, ich glaube. Ich habe keine Bounty, ich weiß es nicht. Alle weggerattert. Oh Mann, das ging aber ganz schön auf die Nerven. Also, ja, an die Nerven. Guck mal. Dann nehme ich mir mal die Afto hier. Der hat auch eine Afto gehabt? Ja. Wie geil ist das denn? Wie geil. So, Bounty. Gut, dass ich den direkt gesehen habe hier. Ja. Ja, schön gemacht. Danke, danke. Oh! Beping. Hm, ich habe halt einen Balken weniger. Du auch, gell? Ja, ich habe auch. Aber, ja, wir müssen eh irgendwo dran vorbei, ne? Also, wir können es versuchen. Ich habe halt auch keine Muni-Kiste mehr. Hm. Eine habe ich noch. Mhm, das ist gut. Können wir vielleicht gebrauchen. Also, hin, oder was? Ja, mir egal. Meinetwegen. Ja, komm. Wir sterben, sterben wir. Ja. Wie viel Leben hast du noch? Sag ich dir nicht. 100. 75. Echt? Ja. Sicher, dass wir hinwollen? Ja. Okay. Du machst das schon. Ich habe nur noch 125. Wir sind beide Muni-Shot. Ich gucke. Ich sehe keinen. Wieso sehe ich keinen? Sind die etwa hochgekommen, oder was? Nee, die haben ja danach gebannischt. Ich gucke ja nicht. Warte. Hinter uns. Lauf. Lauf, was das Zeug hält den Kompound. Drei Mann. Die Schweineköpfe. Die haben gedacht, die können uns abfangen. Ja, die kommen, die kommen. Ich trappe hier ein Fass. Achtung, nicht durchlaufen. Lauf rechts dran vorbei. Ja, ja, ja. Nee. Okay. Scheiße, natürlich. Ohne Muni als Kacke, ne? Da ist ja hier drin noch was. Hier. Ja, habe ich genommen. Hinter dir, Zombiegeist, äh, Zombiefrau. Hier ist eine Falle, Vorsicht. Da kannst du aber dran vorbeilaufen. Ja, durch mein Fass. Und Tina, wir müssen raus. Ja. Ich gucke. Andere Seite noch zwei Mann. Ja. Einer tot? Drei. Der Letzte ist oben drauf. Der hebt den anderen, glaube ich. Der bei dir, bei dir, hinter dir, hinter dir. Tot. Nimm mal Sicht. Guck mal, wo er ist. Warte. Ja, oben, oben drauf. Irgendwie da hinten bei dir oder so. Oh, nee. Hab ihn. Hast ihn. Heiliger Grele, Tina. Alter, was ist denn hier los? Hör mir auf, ich bin fixen fertig. Alter, ich habe das nicht geschnallt mit dem Typen hier, ey. Oh, der ist an dir vorbeigeschrucht. Ah, Doktor! Mein Gott. Oh, Mann, ey. Der ist durch meinen Fass, der eine. Das ist für eine Runde. Wow. Ja, hätten sie mal einen Compound gewartet. Ja. Tina, hinter dir, an dir vorbei. Pearl? Äh, ja. Aber wie geil ist das denn? Da hatte der eine eine After mit. Und Gott sei Dank habe ich den als erstes weggemacht. Sonst hätte das übel ausgehen können. Die sind einfach nur zuweigelaufen. Den einen hast du aber schon angehittet. Der hatte Hit von dir. Ja, ja, der hatte Hit von dir. Und dann, glaube ich, habe nur einen Schuss für den gebraucht. Hab doch... Die ersten, die hochkamen. Den hast du gehittet. Du müsstest auf jeden Fall mindestens ein, ähm, Assist noch haben. Okay, guck ich mal. Hallo, komm ich auch irgendwann nochmal ins Menü? Das wäre ganz toll. Ich habe einfach neun Kills gemacht, glaube ich. Wow. Ich bin jetzt wieder auf sechs Sterne, aber... Quatsch. Drei, vier, fünf, sechs... Sieben, acht, neun. Ja, neun Kills. Oh, da war noch ein Sol oder irgendwo auf der Map? Da haben wir aber Glück gehabt. Wir haben überhaupt nicht... Den hatten wir null auf dem Schirm, ne? Oh, nö. Sehr, sehr krasse Runde. Ich war echt fixenfertig danach. Und ich war so... Habt ihr ja mitgekriegt, wie, ähm, verrückt ich da war, als wir bei Weeping waren. Das, ähm, ja. Das war wirklich sehr anstrengend für den Kopf, diese Runde. Und dass wir den letzten gar nicht auf dem Schirm hatten, dass da noch einer auf der Map war. Wahrscheinlich ein Sniper oder sowas. Das ist schon krass. Habe ich eben schon zu Marc gesagt. Der hat mir beim Schneiden zugeguckt. Ähm, du denkst da überhaupt nicht dran. Wenn du du gegen Trio reingehst, dass da noch höchstwahrscheinlich irgendwo ein Solo rumgammelt. Für mich war die Map jetzt clear. Ich habe auch irgendwie gar nicht mehr geguckt. Und Tina hat auch nicht mehr geguckt. Das ist echt immer sehr, sehr gefährlich. Der hätte uns ganz locker am Ausgang wegschießen können mit einer Sniper oder so. Weil wir hätten das gar nicht mitgekriegt. Ich stand auch da ganz offen oben auf dem Boot. Und Tina stand da ganz offen. Das ist echt nicht ohne. Ähm, ja. Trotz Afto, ähm, hoffe ich, dass euch die Runde gefallen hat. Ich fand sie sensationell. Aber natürlich, ich habe ja auch einige Gills gemacht. Aber, ähm, ja. Viele finden das ja total doof, wenn ich Afto-Runden hochlade. Aber, mein Gott. Ähm, ich spiele die Waffe gerne. Und die Waffe gibt es im Spiel. Und jeder sagt immer, es wäre so einfach. Dann soll jeder erstmal versuchen, selber mit der Afto zu spielen. Denn so einfach ist es gar nicht. Und, ähm, ja. Jetzt wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag. Wir sehen uns ab 14 Uhr auf Twitch, wenn ihr Bock habt. Ähm, 1049.de, wie hier auf YouTube heiße ich dort. Ähm, was gibt es noch zu sagen? Denkt an meinen Teamspeak, das ist unten verlinkt. Genauso wie Game.de. Die haben wir dir nämlich extra für euch zur Verfügung gestellt. Könnt ihr jederzeit nutzen. Könnt auch Game.de gerne mal besuchen. Gerade, wenn ihr selber Teamspeak machen wollt. Root-Server, Game-Server, Web-Server, etc. Sucht seid an einer super Adresse. Ähm, unser Discord ist unten verlinkt. Und jetzt wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag. Und wir sehen uns ab 14 Uhr auf Twitch. Oder morgen 9.30 Uhr. Nächstes YouTube-Video. Haut rein. Tschüss.